Hi, ich bin's Alex, willkommen bei Spielama und in diesem Video soll es darum gehen, warum Dune Imperium mit der Erweiterung Rise of X quasi ein perfektes Spiel ist. Perfekt ist natürlich immer ein sehr krasser Ausdruck, ein subjektiver Ausdruck, aber für mich macht die Erweiterung Dune Imperium, das ich schon als Grundspiel sehr, sehr gut fand, noch einen Ticken besser. Und ja, dieses Video kommt spät, wie im Moment alle meine Videos quasi. Aktualität ist für mich einfach gerade in meiner Lebenssituation kein Thema, was Brettspiele angeht. Mit einer vier Monate alten Tochter und der Selbstständigkeit in diesen Zeiten habe ich einfach für andere Dinge mehr Kopf oder muss mehr Kopf für andere Dinge haben. Trotzdem möchte ich solche wichtige Themen besprechen, ansprechen und im Video präsentieren, denn wenn ein Spiel von einem sehr guten Spiel zu einem sehr, sehr guten bzw. perfekten Spiel wird, dann ist das etwas, was man meiner Meinung nach begründen muss. Und die Erweiterung Rise of X macht im Kern zwei Sachen bei Dune Imperium. Schauen wir es uns mal kurz an. Wir bekommen hier diese Auflage für das Brett, womit sich einfach ein zentraler Mechanismus ändert, nämlich Spies in Geld umwandeln und Truppen sammeln. Und wir bekommen hier neben noch Technologien. Und jetzt bin ich ganz ehrlich, die Technologien bräuchte ich nicht unbedingt. Die Schlachtschiffe, die es noch dazu gibt, sind nice to have. Das ist das wirklich Wichtige. Gehen wir mal darauf ein. Ganz kurz, wenn du dieses Video jetzt schaust und dich fragst, sollte ich mir Dune Imperium überhaupt anschauen, dann guck dir erst mal andere Videos von meinen Kollegen an, weil es geht hier in dem Video jetzt nicht darum, dir Dune Imperium das Grundspiel nahe zu bringen, um zu erklären, wie funktioniert Dune Imperium. Das können andere auch viel besser. Kurzer Abriss trotzdem. Es ist eine Mischung aus Worker Placement, in dem ich meine Worker hier auf diese Felder einsetze. Deckbuilding, in dem mein Deck meine Fähigkeiten bestimmt und bestimmt, wo ich denn meine Arbeiter einsetzen kann. Hier zum Beispiel auf einem dieser Felder. Und Mehrheitenmechanismus, denn wir haben immer einen Konflikt. Und wer die Mehrheit in dem Konflikt hat, in dem Fall also 4 zu 2, bekommt den ersten, zweiten und dritten Platz. Je nach Spieleranzahl in dem Fall. Und das ist eine ganz, ganz interessante Mischung, die das Spiel hochinteraktiv macht. Und interaktiv wird es auch dadurch, dass wir hier die sogenannten Intrigenkarten haben, die auch nochmal ordentlich, wirklich ordentlich Pfeffer reinbringen und eine Glückskomponente reinbringen, die einige nicht mögen. Denn Dune Imperium ist kein durchplanbarer Zero Game. So ganz und gar nicht, würde ich sagen. Aber es hat eine Eigenschaft, die ist enorm wichtig. Und zwar die Spannungskurve. Dune Imperium fängt in der ersten Runde, in der ersten zwei Runden noch gemächlich an. Und die Spannungskurve steigt rapide an. Und in dem Moment, wo die Spannung am höchsten ist, entscheidet sich, wer der Gewinner dieses Spiels ist. Und das Spiel ist vorbei. Das heißt, man verlässt dieses Spiel immer mit einem angespannten Hochgefühl. Ich hatte noch keine Partie, wo man jemanden hatte, der die letzte Runde nicht spannend fand, weil er irgendwie abgeschlagen war oder so. Und das liegt nicht daran, dass das Spiel, das in dem Spiel, alles gleich ist, was ich mache. Ja, es gibt viele Arten, Siegpunkte zu bekommen. Wir haben ein Wettrennen um Siegpunkte. Denn wer quasi zuerst 10 Siegpunkte erreicht, ohne dass die jemand anderes erreicht hat, beendet das Spiel und ist damit Gewinner. Oder wenn eine gewisse Anzahl an Konflikten beendet ist, das ist quasi auch ein Rundentimer. Das sind nicht so viele, wie hier liegen. Hier liegen gerade alle, der Einfachheit halber. Aber dann ist das Spiel auch vorbei. So, jetzt habe ich doch mehr erklärt, als ich wollte. Aber nochmal darauf eingehend eben, warum ich das Grundspiel schon so genial finde. Wir haben hier durch das Deckbuilding, durch Karten ziehen, durch die Bestimmung der Karten, wo ich hin kann, ist ein Glückselement drin, das man nicht immer genau planen kann. Manchmal kann es sein, dass einem in der letzten Runde genau die Karte fehlt, die man bräuchte, um zu gewinnen. Aber das geht allen anderen in diesem Spiel auch so. Das heißt, das mittelt sich hier wirklich raus. Und trotz dessen erzählt Dune eine Geschichte und eine Spannung, die am Tisch nahezu greifbar ist. Denn jeder hofft darauf, dass er diese eine Karte zieht oder dass der andere die Karte nicht zieht. Dementsprechend fiebert man total mit und es ist im Rahmen der Spielzeit, die Dune Imperium hat, vollkommen in Ordnung. Aber warum gibt es jetzt etwas, wo ich sage, das macht die Erweiterung an der Stelle jetzt noch besser? Was gab es da für einen Makel? Der Makel war für mich eben der Bereich hier oben. Und zwar, wie gesagt, im Kern, sie Melange verkaufen, also Spice in Geld wechseln, weil ich dadurch zu einem gewissen Zeitpunkt im Spiel keinerlei Geldprobleme mehr hatte. Häufig. Also Geld war irgendwann im Spiel einfach kein großes Thema mehr und dann hat man sich seinen Schwertmeister gekauft, hat man sich Dementaten gut und hat ganz besonders Truppen gesammelt. Also vier seiner Truppen da rein. Und das war ganz häufig in der letzten oder vorletzten Runde wichtig, damit man für den letzten Konflikt und die letzten Konflikte geben häufig einiges an Siegpunkten, zwei, zwei, einen und dann noch die Möglichkeit zu tauschen gegen Siegpunkte, wobei das was mit der Erweiterung reinkam, zwei, ja, also da sind am Ende diese fehlenden Siegpunkte häufig noch zu holen, war das einfach ein wichtiger Bestandteil, denn man kommt gegen Ende des Spiels in Dune Imperium an den Konflikten nicht vorbei. Wenn man sie schon nicht für sich selbst entscheiden muss, dann muss man quasi dafür sorgen, dass nicht der führende Spieler ihn entscheidet. Egal, ob man eine andere Strategie fährt oder nicht. Und da war es einfach Usus, dass der, der es schafft, zuerst auf Truppen sammeln zu kommen, denn man blockiert ein Feld, Worker Placement typisch, schon mal einen Vorteil hatte. Also war dieses Feld zumindest in meiner Erfahrung nach in unseren Partien immer essentiell. Das Essentielle wurde ihm aber durch die Erweiterung jetzt geklaut, denn das Feld gibt es nicht mehr. Es ist einfach weg. Es ist überdeckt. Genauso wie eben Spice in Geld umwandeln ist weg. Stattdessen haben wir jetzt hier die Sache mit der interstellaren Fracht, die Frachtleiste. Die Frachtleiste ist wesentlich dynamischer, wesentlich planbarer und ist beobachtbarer, weil man eben hier zwei oder einen Schritte auf dieser Frachtleiste nach oben geht und dann sagen kann, und jetzt falle ich wieder ganz runter und nehme mir die Boni mit, die ich bis dahin erreicht habe. Und das ist ein so wichtiger Aspekt an der Stelle, dass das wegfällt, dass das das ganze Spiel einfach noch einen ganzen Ticken besser macht. Mir ist komplett egal, was die Erweiterung hier in diesem riesen Kartenstapel an Karten noch an Karten mitbringt. Das finde ich, ist zum großen Teil vernachlässigbar, auch wenn da noch interessante Effekte hier wie Esma Tueck dabei sind, die halt sagen, hier abwerfen, ablegen, kriegst du nochmal was. Das ist nochmal ein interessanter Mechanismus, aber ansonsten finde ich das jetzt gar nicht erweiterungsmäßig so wichtig, da hat mir nichts gefehlt, auch wenn ich es weiterhin gut finde, dass jetzt noch mehr einzigartige Karten da drin sind, weil es einfach für noch mehr Abwechslung, Überraschung, Spannung am Tisch sorgt. Aber das, diese beiden Elemente, sind ein zentraler Aspekt, dass ich Spice eben nicht einfach mehr in Geld tauschen kann und dass ich nicht mehr einfach mir diese vier Truppen holen kann. Jetzt ist aber natürlich die Frage, was mache ich denn jetzt mit Spice? Ja, Spice ist jetzt dafür da, mir Technologien zu besorgen und das ist auch wieder etwas viel Belohnenderes, etwas viel Interessanteres, als Spice einfach in Geld zu tauschen, sondern Spice wird investiert in Technologie. Ich rüste mich damit weiter auf und diese Technologien, die geben dauerhafte Vorteile, die machen es dauerhaft Interessanter, die will ich vielleicht so früh wie möglich haben, damit sie mir so lange wie möglich im Spiel etwas bringen, damit der Return on Invest quasi wesentlich größer ist, als wenn ich das mir irgendwann am Ende hole. Und das sind einfach wirklich Aspekte, die ein sehr, sehr gutes Spiel noch viel besser machen. Es gibt noch einen Kritikpunkt, weswegen man von mir aus argumentieren könnte, dass Dune Imperium nicht perfekt ist. Und das ist die Kartenauslage hier, die besteht natürlich aus fünf Karten. dass hier am Ende der Runde keine Karten wegkommen. Also, dass wir kein die ganz linke Karte fällt raus, es wird nachgeschoben und es wird eine neue aufgedeckt. Denn dadurch passiert es immer noch, dass man rundenlang keine Karte kauft und das gleiche liegen bleibt. Und warum kaufen die Spieler keine Karte? Na, weil das, was da liegt, sie einfach nicht interessiert. Warum sollten sie dann also eine Karte kaufen? Und das ist etwas, das müsste noch behoben werden. Das hätte eine ganz einfache Regeländerung beheben können. Dafür hätte man nicht mal Material gebraucht. Und ja, könnte man natürlich sagen, naja, dann mach doch eine Hausregel. Nein, hier gibt es keine Hausregeln. Hausregeln sind verboten. Das ist etwas, das ist schade. Das, finde ich, ist aber kein Knackpunkt an dem Spiel. Sondern das ist halt ein Detail, das mir einfach spielerisch nicht sonderlich gut gefällt. Das ändert aber nichts am Gesamtwirken des Spiels. Denn das ist wirklich ein Spiel, durch die Summe seiner Einzelteile und besonders durch den Wettrenncharakter entfaltet es eine Spannung, wie es nur ganz, ganz wenige Spiele in meiner Sammlung können. Besonders in dieser kurzen Spielzeit. Das ist wirklich etwas ganz besonderes. Also eine Partie, die Unimperium geht bei uns zwischen anderthalb und zwei Stunden. Und das finde ich grandios. Das ist super. Da bin ich einfach immer wieder hin und weg von. Es gibt noch Deluxe-Material und allen Pipapo braucht man meiner Meinung nach nicht, stehe ich aber persönlich besonders im Vergleich zum Preis sowieso nicht so drauf. Was das angeht, ich finde das Material, was dabei ist, ist übersichtlich, stimmt mit der Ikonografie überein und ist damit super. Ein letzter Aspekt, wir haben hier noch die Schiffe. Die Schiffe sind einfach eine neue Truppentyp, der, wenn sie in einem Konflikt sind, danach nicht wieder zurück in den Vorrat kommen, sondern wieder zurück in die Garnison fliegen und die Schiffe können quasi noch hier Schlachtfelder übernehmen. Das ist auch ein nettes Detail, aber auch das nicht Gamebreaking, aber es ist interessant genug, als dass man zumindest hier ein Schlachtschiff sich auf jeden Fall holen will, in aller Regel. Dann kommen natürlich noch hinzu neue Anführer, dass wir jetzt ein ausgeglichenes Anführerverhältnis quasi haben. Wir haben jetzt vier Schwierigkeit-3-Anführer, wir haben vier Schwierigkeit-2-Anführer und wir haben jetzt ganze sechs Schwierigkeit-1-Anführer, das heißt, da kann man jetzt wirklich gut zulosen und dann haben alle zum Beispiel einen Schwierigkeits-3-Anführer, wenn man sagt, hier kommt, wir wollen alle quasi mit gleichen Voraussetzungen spielen, dann losen wir hier einfach einen zu und dann passt das und jetzt hat sich da einen Schwierigkeits-2-Anführer reingeschlichen. Also da hat man noch viele schöne Möglichkeiten, was die Erweiterung einfach rund um rund macht. Diese Erweiterung ist wirklich rund, sie ist aber meiner Meinung nach vergleichsweise teuer und das ist schade, aber ich finde, über Preise müssen wir in dieser Zeit eh nochmal ganz gesondert sprechen, also gerade was jetzt auf der Messe in Essen teilweise abgerufen wird in Preisen, hat mich tatsächlich schockiert, da mache ich den Verlagen keinen Vorwurf, sondern es ist der Weltsituation geschildert, aber es ist krass, also da wird einem nochmal bewusst, was eigentlich gerade abgeht. Ja, ich denke, das hat aber ganz gut dargestellt, warum ich Dune Imperium Rise of X jetzt tatsächlich nochmal deutlich besser finde als Dune Imperium, was für mich die Kirsche auf der Sahne ist und das ganze Ding rund macht. Wie findest du es? Schreib es unten in die Kommentare, ich bin gespannt und ich bin Alex, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut!